Hallo und herzlich willkommen bei Barfisch. Mein Name ist Andrea Kaliga und heute mixen wir den Kommando. Das ist ein Drink, der mit ein bisschen Pernod abgerundet wird. Bin ich gespannt, habe ich noch nicht probiert. Muss ich gleich unbedingt probieren, aber erst mixen wir den. Der besteht aus Bourbon aus Contreau Pernod und ein bisschen frisch gepresstem Limettensaft. Damit starten wir auch. Das Ganze wird geshakt. Wir starten mit einem CL Limettensaft. Perfekt. Ein CL Limettensaft. Kommt schon mal auf das Eis. Dann 6 CL vom Bourbon. Schön ruhig hier. Dann 3 CL vom Contreau. Wird sich echt interessanter. Und einen halben CL. Entschuldigung. Ich habe mich fast vertan. Und dann auch noch von dem starken Pernod. Einen halben CL vom Pernod dazu. Das Ganze richtig schön checken. Und das Ganze dann wieder auf das Glas sein. So, sieht schon ganz cool aus. Schön. Hat ein tolles Aroma. schon in der Nase. Und probiere ich jetzt ganz in Ruhe. Ich hoffe, er macht euch auch so viel Freude. Ich hoffe, er macht mir auch Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.